Im Alter von 94 Jahren hat Lilo Pulver viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt. Von Freuden und Verlusten von der Familie bis hin zu Freunden und Verwandten. Aber sie versucht immer noch, all das zu überwinden. Derzeit lebt sie mit ihrem Sohn und ihren Enkelkindern zusammen. Ihre Tochter Melisande Schmidt verstarb 1989, ein großer Verlust für sie. Sie hat viele tragische Trennungen von ihrem Mann, ihrer Tochter und engen Freunden erlebt. Im Alter von 94 Jahren hat sich der Gesundheitszustand von Lilo Pulver stark verschlechtert. Sie litt an häufigen Alterskrankheiten, darunter Osteoporose, Arthritis und eingeschränkter Herzfunktion. Auch ihr Sehvermögen ist getrübt, was das Lesen und Erkennen von Gesichtern erschwert. Was ihre Familie jedoch am meisten beunruhigte, waren die Anzeichen von Demenz, einer häufigen Erkrankung bei älteren Menschen. Zu den Symptomen dieser Krankheit gehören ein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung und dem Urteilsvermögen sowie Persönlichkeitsveränderungen. Ihre Familie hatte immer Angst, sie eines Tages zu verlieren. Auch wenn ihr Gesundheitszustand nicht mehr derselbe ist wie zuvor, behält Lilo Pulver eine optimistische Stimmung und hat keine Angst vor dem Tod. Sie teilte mit, dass 94 Jahre mehr als genug für ein Leben seien. Für sie ist jeder Tag ein kostbares Geschenk und sie schätzt die Momente mit ihrer Familie immer sehr. Sie versucht stets, einen gesunden Lebensstil beizubehalten, sich nahhaft zu ernähren und an leichten Aktivitäten teilzunehmen, um gesund zu bleiben. Wenn Lilo Pulver auf ihr Leben zurückblickt, ist sie zufrieden mit dem, was sie durchgemacht hat. Sie lebte ein sinnvolles Leben, umgeben von geliebten Menschen und Freunden. Obwohl sie viele Verluste und Leid erlebt hat, behält sie den Glauben an das Leben und ist stets optimistisch, allen Herausforderungen entgegenzutreten. Für sie ist jeder Tag ihres Lebens ein kostbarer Tag und sie versucht immer, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Die Stärke und Belastbarkeit von Lilo Pulver sind eine große Inspiration für Familie und Freunde. Sie ist immer eine Person, die die Menschen um sie herum ermutigt und aufmuntert, auch wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Sie ist immer davon überzeugt, dass Liebe und Fürsorge durch die Familie die beste Medizin sind, um jede Krankheit zu überwinden. Für sie ist die Familie alles, eine Quelle der Ermutigung und ein fester Dreh- und Angelpunkt im Leben. Lilo Pulvers aktuelles Leben ist einfach, aber voller Wärme. Sie verbringt gerne Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern, erzählt alte Geschichten noch einmal und teilt wertvolle Lebenserfahrungen. Sie hofft immer, dass ihre Geschichten die jüngere Generation inspirieren und Lehren vermitteln. Sie genießt auch künstlerische Aktivitäten wie Malen, Basteln und Musikhören. Diese Aktivitäten helfen ihr nicht nur beim Entspannen, sondern sind auch eine Möglichkeit für sie, ihren Geist immer jung und optimistisch zu halten. Obwohl sie viele Ereignisse durchgemacht hat, bewahrt sich Lilo Pulver immer noch einen Geist der Liebe zum Leben und des Optimismus. Sie glaubt immer daran, dass jeder sein eigenes Schicksal hat und es wichtig ist, dass wir wissen, wie wir Herausforderungen im Leben annehmen und meistern können. Für sie ist das Leben eine bedeutungsvolle Reise und jeder Tag ist eine Gelegenheit zum Erleben und Lernen. Im Alter von 94 Jahren hat Lilo Pulver tiefe Spuren in den Herzen seiner Familie und Freunde hinterlassen. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für Belastbarkeit und Optimismus, lebt das Leben immer in vollen Zügen und ist für jeden Moment dankbar. Ihr Leben ist der Beweis dafür, dass wir, egal wie schwierig das Leben ist, es dennoch überwinden können, wenn wir den Glauben und die Liebe bewahren. Für Lilo Pulver ist jeder lebendige Tag ein Tag, den es wert ist, geschätzt zu werden. Sie lebt immer mit einer optimistischen Einstellung, liebt das Leben und inspiriert die Menschen um sie herum. Ihr Leben war eine bedeutungsvolle Reise und obwohl sie viele Verluste und Leid erlebte, behielt sie stets ihren Glauben an das Leben bei. Sie glaubt, dass die Liebe und Fürsorge ihrer Familie die größte Quelle der Ermutigung ist und ihr hilft, alle Krankheiten und Schwierigkeiten zu überwinden. In den letzten Jahren nahm Lilo Pulver regelmäßig an regelmäßigen Gesundheitschecks teil. Auch wenn ihr Körper schwächer wird, versucht sie stets, eine optimistische Stimmung zu bewahren und positiv zu leben. Ihren Kindern und Enkelkindern sagte sie oft, dass es nicht darauf ankommt, wie lange man lebt, sondern darauf, wie man lebt. Wenn sie nicht rausgehen kann, sitzt sie oft am Fenster, blickt auf die umliegende Landschaft und schwelgt in alten Erinnerungen. Jeden Morgen nimmt sich Lilo oft die Zeit, ein paar sanfte Übungen zu machen, die ihr ihr Arzt empfiehlt. Auch wenn sie sich manchmal müde fühlt, hält sie an dem Grundsatz fest. Sie wissen, dass es der beste Weg ist, die Gesundheit zu verbessern und die Jugendlichkeit zu bewahren, wenn man aktiv bleibt. Auch auf die Ernährung legt sie großen Wert. Ihre Mahlzeiten werden stets sorgfältig und mit allen notwendigen Nährstoffgruppen zubereitet. Sie erinnern ihre Kinder und Enkel oft daran, wie wichtig gesunde Ernährung ist. Sie teilt mit, dass das Geheimnis eines langen Lebens nicht nur in der Genetik liegt, sondern auch vom täglichen Lebensstil abhängt. Lilo vergisst auch nicht, sich Zeit zum Entspannen zu nehmen und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. Sie sitzt oft am Kamin, liest ihre Lieblingsbücher oder hört klassische Musik. Sie liebt die Musik von Beethoven und Mozart. Die Melodien vermitteln ihr ein Gefühl von Frieden und Gelassenheit. Eine von Lilos größten Freuden ist die Zeit, die sie mit ihren Enkelkindern verbringt. Sie erzählt ihren Enkelkindern gerne Geschichten aus ihrem Leben, von Kindheitserinnerungen über unvergessliche Reisen, bis hin zu wertvollen Lektionen, die sie im Laufe der Jahre gelernt hat. Ihre Enkelkinder hören immer aufmerksam zu und bewundern ihre Belastbarkeit und ihren Optimismus sehr. Lilo-Pulver Sie sagt oft, dass das Leben wie ein Buch sei. Jedes Kapitel habe seine eigenen Höhen und Tiefen, aber das Wichtigste sei, dass wir wissen müssen, wie wir mit Glauben und Hoffnung weiterhin neue Seiten schreiben können. Für Lilo ist der Tod kein Grund zur Angst. Sie glaubt, dass dies ein natürlicher Teil des Lebens ist und dass sie nach ihrer Abreise wieder mit ihren verstorbenen Lieben vereint sein wird. Sie bereitete sich mental auf ihren letzten Tag vor und lebte jeden Tag voller Dankbarkeit und Liebe. In den letzten Lebensjahren von Lilo-Pulver war sie, obwohl sie nicht mehr so gesund war wie zuvor, immer eine Quelle der Inspiration und Ermutigung für ihre Familie und Freunde. Ihr Leben ist ein Beweis für die Kraft der Liebe und Widerstandsfähigkeit, ein Leben voller Sinn und Erfüllung. Sie führte ein stolzes Leben und hinterließ wertvolle Werte und Lehren für zukünftige Generationen. Die Karriere von Lilo-Pulver ist ein wichtiger und stolzer Teil ihres Lebens. Lilo wurde in einer bürgerlichen Familie geboren und wuchs dort auf. Schon bald zeigte sie ihr Talent und ihre Leidenschaft im Bereich der Kunst. Mit Entschlossenheit und harter Arbeit überwand sie viele Schwierigkeiten und baute sich eine glänzende Karriere auf. Lilo begann ihre Karriere sehr früh. Ihre Familie unterstützte sie schon früh dabei, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Nach Abschluss ihres Studiums entschied sie sich für einen künstlerischen Weg und begann mit kleinen Rollen auf der Bühne. Dank ihres Talents und ihres ständigen Einsatzes erlangte sie schnell Anerkennung und gewann viele wichtige Rollen. Der erste und bemerkenswerteste Erfolg in Lilos Karriere war ihre Rolle in dem berühmten Stück »Das Mädchen aus den Bergen«. Diese Rolle verhalf ihr nicht nur zu großem Lob der Kritiker, sondern verhalf ihrem Namen auch zu neuem Ruhm. Seitdem wirkte Lilo weiterhin in zahlreichen Theaterstücken und Filmen mit, wobei jede Rolle einen tiefen Eindruck im Herzen des Publikums hinterließ. Einer von Lilos größten Erfolgen ist die Auszeichnung als »Beste Schauspielerin« beim Internationalen Filmfestival. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung ihres Talents und Engagements, sondern bestätigt auch Lilos Position in der Kunstbranche. Darüber hinaus erhielt sie zahlreiche andere renommierte Auszeichnungen, die ihre wichtigen Beiträge in der Unterhaltungsbranche würdigten. Lilo beschränkte sich nicht nur auf die Schauspielerei, sondern probierte auch viele verschiedene Rollen im Bereich der Kunst aus. Sie hat bei mehreren Theaterstücken und Filmen Regie geführt und war auch am Schreiben von Drehbüchern beteiligt. Ihre Werke werden sowohl künstlerisch als auch inhaltlich stets hochgeschätzt und vermitteln tiefgründige und bedeutungsvolle Botschaften. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Lilo Pulver auch für ihre wohltätigen und sozialen Aktivitäten bekannt. Sie investiert stets ihre Zeit und ihr Engagement, um sich an Gemeinschaftsprojekten zu beteiligen und Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Für sie ist Kunst nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch ein Mittel, sich mit allen zu verbinden und Liebe mit ihnen zu teilen. Eines der Wohltätigkeitsprojekte, die Lilo besonders am Herzen liegen, ist die Gründung eines nach ihr benannten Stipendienfonds. Sehr, mein Name ist Christine Nah und ich darf dieses Webinar moderieren. Darüber freue ich mich enorm. Thema des Webinars ist, welche Lernkultur steht hinter welchen Tools? Vielleicht ist kurz zur Erläuterung, es wird ja oft nach digitalen Tools gefragt und so weiter und zeigt doch mal schnell, was da so möglich ist und so weiter. Und ich kann Ihnen versprechen, das wird auch Thema sein und gleichzeitig auch Thema sein, was dahinter steht möglicherweise an Veränderungen und dass es nicht nur die Werkzeuge sind, aber dazu später mehr. Ich möchte erst mal meine Gäste begrüßen. Zunächst einmal habe ich Unterstützung durch Vincent Steinl. Vincent, hallo, grüße dich. Vincent Steinl arbeitet bei der Deutschen Schulakademie und wird hier den Chat betreuen und auch die Mentimeter-Umfrage, denn das wird ein Haupt- und Beteiligungsmoment sein, an dem Sie mitmachen können und Ihre Fragen und auch Anregungen aufschreiben können, die wir dann einbringen und an die beiden Referenten einbringen. Insofern Dankeschön. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich begrüße aus der Schweiz zugeschaltet Philipp Manfler. Hallo Philipp, grüße dich. Hallo, hallo. Schön, dass ich da bin und schön, dass du da bist. Danke dir, ich freue mich ebenso. Er ist einer der Impulsgebenden gemeinsam mit Dejan Michalowicz. Hallo Dejan, grüß dich. Gar nicht so weit weg von... Ach, halb. Er ist Freiburg zugeschaltet. Hallo, grüße euch ja beide. Hallo, sonnige Grüße aus Freiburg. Sonnige Grüße zurück. Wir freuen uns sehr. Bild und Ton klappt. Das freut uns. Und ich schicke euch mal wieder runter von der Bühne. Ihr kommt ja gleich nochmal. Insofern bis später. Es gibt noch ein bisschen organisatorisches Vorab für Sie. Wir haben verschiedene Hinweise. Zum einen wird dieses Webinar aufgezeichnet und ein bisschen für die Ewigkeit, solange sie denn geht, konserviert und zugänglich gemacht. Also Menschen auch, die danach sich das Thema interessieren, können gerne das auch danach anschauen. Ein Hinweis. Die Menschen, die wirklich nur die Impulsgebenden sind, wie Dejan und Philipp zum Beispiel, die sind auch tatsächlich zu sehen. Und ich bin zum Beispiel zu sehen. Sie nicht. Wenn Sie sozusagen auch, Sie sind eher Zuhörende und auch der Chat wird nicht abgefilmt. Das vielleicht als Hinweis. Dann haben wir auch aufgrund der hohen Teilnehmerzahl uns entschieden, Mentimeter zu nutzen als eine Beteiligungsform, Fragen einzubringen etc. pp. Bevor es dann sozusagen losgeht mit dem Impuls, mit dem Impuls der beiden, möchte ich gerne einladen, erstmal so ein bisschen selbst ein bisschen warm zu werden in kleinen Murmelgruppen, die wir vorbereitet haben für Sie bei unserer Software hier heißt das Breakout Sessions in Breakout Räumen. Da können Sie gerne Ihre Kamera einstellen.